Hallo! Passend zur reichen Kürbisernte in diesem Jahr habe ich in der Zeitschrift Musik in der Kita ein schönes Lied entdeckt, das heißt Kürbis, Kürbis. Und das steht in C-Dur. Ich mache das aber für euch ein bisschen einfacher, dass ihr keinen Barre-Griff spielen müsst. Und deshalb nehmen wir hier das Capodaster in den dritten Bund und spielen die Akkorde A-Dur, E-Dur, E-Siebener kommt auch mal kurz vor. Dann nimmt man einfach hier den vierten Finger auf die H-Seite. Man kann aber auch einfach weiter E-Dur spielen. Und dann den D-Dur-Akkord. Wir begleiten das Lied mit einem Schlagmuster für einen Viervierteltakt, also gerne 1, 2 und 3, 4 und runter, 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 runter. Zum Üben machen wir mal den Refrain ganz langsam zusammen. 1, 2 und 3, 4 und runter. Kürbis, 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 Schau mich an, dass ich mit dir lachen kann. Schau, wie schön ist dein Gesicht, doch ich fürchte mich nicht. Kürbis, 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 Schau mich an, dass ich mit dir lachen kann. Schau, wie schön ist dein Gesicht, doch ich fürchte mich nicht. Rotorosch und lecker, so bist du. Aus dir kocht ich Suppe jetzt im Nu. Kürbis, 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 Schau mich an, dass ich mit dir lachen kann. Schau, wie schön ist dein Gesicht, doch ich fürchte mich nicht. Kürbis, 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 Schau mich an, dass ich mit dir lachen kann. Schau, wie schön ist dein Gesicht, doch ich fürchte mich nicht. Ihr dürft mir gerne mal in den Kommentaren verraten, was euer Lieblings Kürbisgericht ist. Meins ist definitiv Kürbissuppe und das habe ich auch schon gekocht und ihr vielleicht jetzt auch. Tschüss!